Ich bin jetzt mal hier drüber gegangen, über die Stadtliste oder Haltestellenliste. Ich weiß es gar nicht mehr. Wartend. So, da warten jetzt ganz viele Güter. Nämlich gar nichts, das ist falsch sortiert, alles klar. Natürlich absteigen nehmen, dann funktioniert das auch. So, hier fehlt es noch an Passagieren. 106. Fahrrad auf Zell-Linienthal-Straße. Okay. Das war jetzt hier mit dem Zug zu erledigen, oder? Ja, das ist auch gleichzeitig der Bahnhof. Es wird zwar hier das Bild davon angezeigt, aber der hängt da ja dran. Ja, wenn das so ist, da ist das so. Müssten wir mal gucken, wann da der Zug kommt, oder? Wo ist er denn? Da ist er. Wie fährt denn der? 200. Hm, könnte man noch einen zweiten draufsetzen, ne? Mal gucken, wie viel hier stehen. Über Döbeln, Waldweg, Hafen. Das ist schon 262, der ist gerade da gewesen. Würde ich jetzt fast sagen, da kann noch ein zweiter Zug drauf, ne? Wo war das Depot hier? Und da müssen wir ein bisschen Ausweichen bauen, ne? Oder der? Ja. Ja. Ich glaube, so haben wir es gemacht, ne? Da können wir Zwiebel mitfahren. Na, 200 oder so, ne? Ja. Das war jetzt welche Linie? Oh, oh. Oh. War das Fernsehen? Hehe. Da gibt es ganz viele, ne? Fernzug wahrscheinlich heißt das. Okay. Starten wir mal. Dann müssen wir mal grad gucken, wo der lang fährt. Falsche Richtung im Endeffekt. Hauen wir mal hier eine Ausweiche hin. Oder besser da oben. Ne. Auf jeden Fall muss ich hier eine Ausweiche hin. Gleise da her. Das passt schon mal. Ein paar Signale dazu. Dann geht's, ne? Da ist es. Passt, oder? Dann solltet ihr auch weiterfahren. Macht er auch. Und hier ist vielleicht noch eine Stelle, oder? Da ran und da ran. Signale hin. Passt. So, dann können die da ausweichen. Da gibt's schon eine Ausweiche. Dann machen wir hier noch eine hin. Weil die Zügel werden ja mehr, ne? So. So. Passt. Jetzt gehen wir noch da hinten noch. Hier war schon einer. Da ist auch einer, ne? Das müsste ja dann eigentlich so gut sein, oder? Ah, das wird hier zu knapp in der Stadt. Wohl irgendwann werden wir da zweigleisig machen müssen, ne? Hm. Ist dann die Frage, ne? Wo machst du das hin, ne? So ist es schon mal reserviert, ne? So geht's nicht. Tja, da musst du ein bisschen mehr arbeiten dann hier. Und... Das ist schon mal reserviert dann. Hier muss man gucken, dass man die anderen fahren lässt, ne? Okay. Äh... Äh... Das ist schon so gut. Müsste man die beiden da überhaupt machen? Damit der dann langfahren kann, aber... Lass mal mal gut sein soweit, oder? Ja. Lass erstmal so. Gut. So haltestellen angefragt, ne? Floto. Warte über Döbeln Waldweg. Hier haben wir tausend Leute stehen. Jetzt ist die Frage, ob Döbeln Waldweg auch so viele stehen hat, ne? Müssen wir mal gucken, oder? Sind wir hier richtig? Ja, ne? Ja, da ist es da, oder? Ja. Jetzt ist die Frage, wie will die hier stehen? Für Floto. So. 161 für Floto. Das ist die Frage, wann das Schiff hier weg ist. Und da ist es, ne? 500 sind das. Das ist die Frage, ob man da noch einen draufsetzt. Der da kommt grad für... Der will Floto. Ne, dann lass mal. Obwohl, fast voll, ne? Schwierig jetzt. Ganz schwierig. Wollte das da. Der fährt jetzt nach Redenburg, oder? Ja. Der ist auch voll. Das sind noch drei Stück, ne? Also drei Schiffe voll. Die noch Döbeln müssen. Und das dauert noch eine Weile, bis die kommen. Also ich glaube, wir setzen da noch einen drauf. Döbeln Floto, machen wir noch ein Schiff drauf. Döbeln Floto. Starten, los geht's. So, nochmal hier gucken, was hier so los ist in dem Städtchen. Da oben ist nichts gebaut. So, wir waren eigentlich bei den Listen, ne? So, Riedenburghafen. Aber Floto. So, stehen hier auch 1179. Wir sind auf der anderen Seite gewesen nach Redenburg. Habe ich jetzt gar nicht mehr geguckt, ne? Hm. Nimm über der Lübeln, nimm über Floto. Prost wartet hier nur auf Floto, Floto, Floto über Redenburg. 21 Passagiere. Nix. So eine einseitige Sache, ne? Schwierig. Es sind aber zwei Schiffe voll, die da warten, ne? Hm. Komm, eins geht noch. Döbeln. Riedenburg-Floto. Starten. Okay. So, das war jetzt hier, ne? Post ist da nicht so viel. Da unten war Profilpost wieder. Ja. So, hier stehen sie jetzt und warten. Da ist es bei Radolfzell. Wir sind in Radolfzell. Ostdeutsches. Das heißt, hier warten welche für einen internen Bus. Ah, Eva Weg ist auch. Wo ist das? Das ist da, aber das ist doch 67 Passagiere. Oh, der kommt ziemlich schnell gefahren und der ist ziemlich lahmarschig, ne? Ja, die wollen alle nach Radolfzell dann sogar und das schon von hier aus, ne? Radolfzell, sie wird ja... Da stehen 165 Leute. Okay. Ah, Radolfzell, ein interner Bahnhof, ne? Äh, interner Bus noch, oder wat? Das ist da, wo der Bahnhof ist. Ich glaube wir setzen hier auch noch einen drauf. Auf den Stadtbus, haben wir ja hier noch so einen Doppeldecker, ne? Stadtbus, Radolfzell, zack. Na ja, starten. Ist der schon raus? Nein, das war der gar nicht. Der wartet noch auf freie Strecke, da ist er jetzt. 92 Passagiere und fährt jetzt wohin? Zum Bahnhof. Und voll, ne? Tja, müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt da. Das ist hier eigentlich, das sieht fast so aus, ne? Das ist ein Wohnblock. Interessanter Wohnblock. So, keiner mehr drinnen, schon alle abgeliefert. Ah, fährt jetzt raus zum Ding ins hier, ne? Wo schon so drei Pusse unterwegs sind, sehe ich gerade, ne? Der ist voll. Der hat nur 16. Der letzte wird dann leer sein, oder? Jo. Naja, dann fährt da jetzt noch einer hin. Das ist gar nicht die Haltestelle. Ich dachte, die wäre hier. Ist daneben. Aber zwei Passagiere kriegt er gleich schon mit. Naja. Lass es laufen. So. Aber wenn wir hier schon sind, dann gucken wir gerade mal, wie weit wir das hier machen können. Oder machen müssen. Da oben sind zwei Stellen. Hier ist alles im grünen Bereich mit der Bebauung. Hier ist auch alles abgedeckt. Gehen wir nach Adenau. Knapp vorbei. Hier ist alles im grünen Bereich. Gut. Karte aufmachen, rüber setzen, woanders hin. Gucken, wie es da aussieht. Gehen wir nach Altenau. Da oben ist nix, ansonsten sieht es auch gut aus. Halexen. Ist abgedeckt. In den Buch haben wir schon geguckt. Passt. Dann haben wir noch Floto. Baldeck. Baldeck. Baldeck ist auch noch abgedeckt. Dann lauter. Ist abgedeckt. Und auch komplett. Und dann haben wir nur noch Sandhausen. Ne, Sonderhausen. Ist auch abgedeckt. Ist auch abgedeckt. Gut. Ja, dann ist noch die Efeustraße, ne. Das ist hier unten. Da, wo der Wechsel ist, ne. Da stehen reichlich Leute. Davon wollen siebenhundert zum Hafen. Hm. Da müsste noch ein Bus hin. Oder? Hatten wir letztes Mal schon einen. Der fährt grad weg. Da oben ist nur einer. Der hat genug geladen. Ja. Jetzt haben wir noch da einen drauf, oder? Statt, wo es Floto. Starten. Fertig. Läuft. So, da haben wir alles soweit erstmal ein bisschen wieder durchgeforstet. Ja. Ich würde sagen, das soll erstmal wieder für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.